Hi und willkommen zu Hashtag Frag. Heute mit der Frage, wo wir schon echt am überlegen waren, ob wir es einfach auslassen, weil es so peinlich werden würde. Von einer Skala von super, mega, sexy und abgöttig oder ultra sexy, wie sexy bist du? Gleiches auch an sexy Evo. Also wie sexy ist der D? Kleiner Spaß. Kleiner Spaß, dieselbe Mal, nach Mal, ja. Nach Mal für dich, Evo Leini, ich möchte ja nicht zu unfair sein heute mal. Semikolon, groß D. Ja, okay. Hau aus. Also, die Frage ist ja eigentlich, wie wir uns selbst beurteilen und wie wir jeweils den anderen beurteilen. Ne, ich glaube, das mit dem anderen beurteilen, das hat sehr Spaß gemeint. Okay, das heißt, da darfst du gar nichts zu mir sagen. Yeah! Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch scheißegal. Wie sexy finde ich mich selbst? Ähm, ja. Ne 12 von 10 Punkten. Ja, aber Spaß beiseite. Es gibt Leute, die sehen besser aus als ich. Okay. Ich finde mich in Ordnung, so wie ich bin. Es gibt bestimmt ganz viele Leute, die das anders sehen. Ich habe schon Komplimente für meine Augen gemacht bekommen. Ich habe schon Komplimente für meine Hintern gemacht bekommen. Äh, ja. Deswegen, es liegt im Auge des Betrachters und nicht an einem selbst, ob man sexy ist oder nicht. Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, das sind die passenden Worte. Und deine Meinung? Über dich oder über mich selbst? Ja, ich brauche jetzt erst mal eine Antwort von dir. Dem ist das Internet abgeschmiert. Okay. Ähm, persönlich, ich muss sagen, ich denke genauso wie er da drüber. Und ich werde jetzt einfach gleich nochmal zurückrufen. Aber bis dahin, äh, Leute, wenn ihr Fragen habt, der steckt, fragt, klein Evo, fragt den D. Nächstes Mal ist er auch wieder dabei. Haut's rein, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.